Hier bin ich, Herr. Ich schicke mich da auf, oder da her. Und mit ihm schleiche ich weiter. Ja, muss ich dich sprengen, oder was? Ja, das... Ich meine, geht gar nicht. Bin noch da beschäftigt. Oder hätten Sie einen Ding gehabt? Einen Pionier. Nein, hätten Sie auch nicht. Pass auf. Die Oma Amerikaner. Komm gerade oben Bahn zu gehen. Dazu noch einen Deutschen. Pass auf, meine Achtachter. Die brauche ich da rumhaut. Schaut mal, bei der Brücke werde ich jetzt heiß hergehen. Was schaut aus mit dem Sniper? Also, da kommt noch. Meine Achtachter. Stell sie mal da rein. Ich mag nämlich wetten, dass der Bunker besitzt ist. Weg das. Das ist doch nicht alles. Ich war's. Ich war's. Das ist doch nicht. Ich war's. Das ist doch nicht. Ja Koppel, du musst von Schultreffer. Eine Schande für Onkel Sam. Einem Guinness, ja, da haben wir noch mehr. Ich könnte eigentlich, ich weiß ja nicht, soll ich da einstürmen, mit dem Trupp da hinten? Na warte mal, jetzt muss ich das wegbrüggeln, gell, im blöden Bunker. Mein zweiter Scout, geh mit Oma. Die Oma Amerikaner, schön, gerade Fuß unterwegs und keine Fahrzeuge. Bei der, wo er Schuss noch, dann zerlegt's ihn. Oh. 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 No. Oh. Oh. Ich hab deine Panzerabwecher noch ne, die Säcke. Oh. 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 Nein, warte mal. Scheiße. Noch mehr Gesindel. Geh mal hier. Der kann da ein bisschen schneller gehen. Rätas, ab durch die Hecke. Moment, ob wir die Zwischenspeichern. Ich schaue nicht. Wo wohnen wir hin? Da bleiben. Jetzt könnt ihr eigentlich die Bude zählen, oder? Konter Marsch. Ein Zivilist, der geht ein bisschen spazieren. Und der ist bei Flaggbischuss. Pass auf, meine Sniper. Die knipsen mal den weg. Oder den da. Jawohl. Okay, Freunde. Wird denn die Lage? Missed. Let's just hope old Bertha gets to the beach too late to do any damage to our boys down there. Ja, Mann. Scheiß auf den Zug. Bist auf sie zwei. Könnt ihr eigentlich die Panzerabwehrkanone einnehmen, oder? Außer Da ist noch einer vorne. Da ist noch einer drin. Ne, guter. Geht schon. Schaut raus, kommen die. Schon, oder? Und dann muss ich gerade in die Brücke einnehmen. Und halten, hat er gesagt. Let's go. Sniper, gemälder. Saddle up. Und Sanitäter brauche ich. Soll du ready. Ich könnte gleich relativ hässlich werden. Schaut sie mal. Schaut ihn aus, da drum. I'm listening. Pass auf, Abwehrkanone. Da haben wir dran. Warte, bis ich weiter führe. Au. Ein Sniper. Ein gemeiner. Nein, da bleiben. Der Deppert, der Sniper. What now, Sir? Wieder fort? Noch nicht. Panzer gemälder. Und die Herrschaften stehen mit auf hier, oder? Ich meine, ich könnte tatsächlich gleich hässlich werden. Wer denn ist da? Der Sanitäter. On the double, Sir. Doneto. Firing at the enemy. Oh, da springt er. Moving out. Könnt ihr eigentlich... Warte mal. Eingrum. I'm on it, Sir. Das blöde ist, es kommt keiner mehr durch. Wobei? Musst du an der durchkommen? Nee, gut, ey. Ready, Sir? Beserf. Wo sind denn sie da? Sie sind da hinten. Moving out. Geht's mir durch hier. Machine gunner reporting, Sir. Hätte auch mich interessieren, was auf der anderen Seite ist. Scheiße. Scout, schau mal nach. Scheiße, eh der Falschbagger. Was sagst du, wenn er sich da erstellt, trifft er doch noch mich schon, oder? Kannte er eigentlich... Warte mal. Zwei Schützen? Hat die drüber in die Wirfer. Was sagt er? Ich bin stiffer über die Minuten. Rifleman. Scheiße. Jetzt habe ich acht Minuten Zeit, um die Brücke jetzt nicht mehr. Ready, Sir? Die Sorte sollte vielleicht gar nicht mehr speichern, oder? Moving to position, Commander. Destination clear. Alles ganz gut. Da hat er eine wunderbare Aussicht, schön. Was hat er eingraben? Die kann sich normalerweise trennen, oder? Im Fall der Fälle. Scout reporting. A quoi? J'y vais. So, mit der ist ja gerade daheim. Bei sieben Minuten habe ich speichern. Kein Schwein daheim. Moving to destination. Die Bazooka-Abwehr. Ja. Warte mal. Habe ich den? Ich bräuchte einen Pionier. Wo schaut denn aus? Haben wir nix. Pionier. Ah, der ist da drin. Der Herr Pionier. Da ist er. Moment. Dann sind wir da. Ich meine. Der Pionier kann nämlich. Warte mal. Warte mal. Kann der nicht einen Graben gruben? Kann das sein? Oder nicht? Detonation? Oder Mienlegen? Ich meine, ich schaue da nicht, oder? Was ist das, Scout? Schau mich um mich da. Ob da jemand daheim ist? Ich lege die Wiener. Ich lege die Wiener. Bum geht dem her. Scheiße, da kämen wir ihn schon. Das war schon mal nix. Das war schon mal nix. Scheiße, bleib mal du. Das war schon mal nix. Du musst das. Du musst das. Du musst das. Der blöde Scout. Genau. Stopp. Ich bin's. Stopp. Still gestanden. Hier ich bin, Commander. Ich möchte erst noch die Kanonen einnehmen. Also er ist da. Deinen Panzer haben wir da. Ja. Und die Infanterie hat er bereit. Man weiß es nicht. Keine Deckung. Das wird mit ihm nichts mehr. Ja ich sollte nicht mehr so oft speiern geh. So meine wird mir die Zecken ab. Buben, nicht rütteln. Hab in die Kanone. Links und rechts haben wir einen Sniper. Der hat eine gute Übersicht. Wir laufen ein rum. Es geht in Deckung. Deckung, Bogen. Auf die Position, Commander. Hier bin ich, Commander. Jawoll. Gleich mal speichern. Da hat er gleich mal aus der Büchse gekaut. Hier bin ich, Commander. Ja, ihr da auch. Scheiße. Ich meine, ich werde kriminell. Der Teppi die Panzer. Jawohl. Ja gut. Die sind verloren. Aber ja. Ich habe noch meinen Panzer. Du geh mal weg da. Du geh mal weg da. Feig du eine. Ich schau mich nach. Auf die Doppel, Sir. Haben die Panzerabwehr. Ich rufe sie mal nicht. Da geht ein Fahrzeug. Ja, das ist gleich kaputt. Joops, wieder. Wie schaut denn aus? Könnt ihr eigentlich noch mal? Pass auf. Das wollen wir schicken. Maschine-Gunner, at your service, Sir. Oh, Scout. Wie schaut denn aus? Maschine-Gunner, reporting, Sir. Ja, das ist natürlich die Frage. Kommt noch was oder warst du schon? Ja, du sind es. Kommt mir gleich. Du hast auch mit du sind es. Oh. Gott ist willen. Wobei gehen Bands um dich keine Chance, geh. Außer sie haben einen Bazooka-Kämpfer. Haben sie nicht, geh. Ja, da können sie schießen, wie sie wollen. Ja, Freunde, keine Chance. Ja, so, mich würde es dann sehen. Ja, wo ist das? Wer? Ich muss gerade die Flacke halten, gell? Wie die Zeit abläuft. Das geht schon. Ich glaube ohne Panzer hätte ich es nie geschafft. Einmal einen Schuss. Ich schicke mal einen Snipe um mich. Oh, da ist er geflogen. Okay Leute, die letzten 15 Sekunden. Gleich haben wir es. Ich hoffe, das gelangt. Ich bin alle hier, Sir. Nice work, guys. Tank Backup is here to save the day. Victory is yours. Ja gut, das war es schon. Halb so dreckig. Ich bin alle hier, wer die Schuss. Also sagen, ich bin alle hier. Aber ich bin alle hier. Ich bin alle hier. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020